Ich erforschte ihn aus dem Augenwinkel, die dicken Schnürsenkel an seinen Schuhen, die Rundung seiner Schulter, die tiefschwarzen Wimpern. Mir fielen seine Hände auf, zart und glatt, seine Finger voller Tintenflecken. Die Hände eines Schriftstellers, kleiner als meine. Er hatte die Angewohnheit, seinen Mund zu berühren, einen Finger auf die Lippen zu legen, wenn er nachdachte. Er hatte es nicht eilig zu sprechen. Ich musste aufpassen, ihn nicht anzustarren, seine Aufmerksamkeit nicht auf mich zu ziehen. Ich hütete mich, ihn zu stören. Ich hatte gehört, wie er seinen Diener, den Limousin, angeschrien hatte, als dieser den Raum betrat, ohne anzuklopfen. Ich wollte nicht angeschrien werden. Aber wie sollte man leise sein und alles lautlos erledigen, wenn die Wasserpumpe quietschte und die Fenster klapperten? Ich schlich nur auf Zehenspitzen herum und hatte Angst, über meinen Schatten zu stolpern. Béthier wollte alles über ihn wissen, den Monsieur. Er ist Franzose, erzählte ich ihr. Sie riss die Augen auf, kniff sie dann zusammen und als sie nicht mehr aus mir heraus bekam, kniff sie mich. Monsieur, sagte sie in einer Art und Weise, dass wir beide uns vor Lachen bogen. In den zwei Jahren, in denen ich bei Mr. Sergent arbeitete, war ich niemandem wie ihm begegnet. Er war anders, noch bevor er eintraf. Logiergäste wohnten immer in einem der Zimmer auf der Rückseite, die nach Norden gingen. Ein paar Wochen vor seiner Ankunft, um sicherzugehen, dass der Monsieur richtig untergebracht würde, war Mr. Sergent mit mir gekommen, um sich die Zimmer anzusehen. Darum kümmerte er sich sonst nie. Das war der erste Hinweis für mich, dass der Monsieur mehr verdiente, etwas Besseres als vorige Gäste. Er keuchte die Treppe hinauf. Unser französischer Gast ist ein denkender Mann, Helena. Er braucht Ruhe, einen Ort, an dem er arbeiten kann. Darauf hat er besonderen Wert gelegt. Dann ist da noch dieser Diener, sein Valet. Auch der benötigt ein Zimmer. Ein Diener? Wer hatte so etwas schon gehört? Er machte die Tür auf und ging hinein. Ach du liebe Zeit, sagte er bei dem Anblick, der sich ihm bot. Das Zimmer war monatelang nicht benutzt worden. Die Dunkelheit zog wie Nebel herein. Ich war mir sicher, dass es auch in Frankreich neblig war, aber das war kein Grund, ihn diese Erfahrung täglich durchleben zu lassen. Vater war gereist. Er hatte mir erzählt, wie es in Frankreich war. Er war wochenlang fort, auf einem Handelsschiff nach Bordeaux. Er brachte meiner Mutter einen gelben Schal mit, sagte, er habe ihn aus Sonnenschein weben lassen, den er auf einem französischen Feld gefunden habe. Das war ihr Lieblingsschal, und sie trug ihn bis zu dem Tag, an dem Vater nicht zurückkehrte. Mr. Serjean drehte sich auf dem Absatz um und ging voraus in den größeren Raum auf der Vorderseite des Hauses. Bücher lagen in Truhen und Körben, Bücher waren zusammengeschnürt, Bücher ergossen sich aus Kisten, manche standen sogar auf Regalen, aber die reichten nicht für alle. Ich kniff die Augen vor dem grellen Licht zusammen. Mr. Serjean fing sich wieder. Seine finstere Miene hältte sich auf, als ihm ein Gedanke kam. Finsternis ist gutem Denken nicht zuträglich, Helena. Monsieur Descartes soll dieses Zimmer haben. Diener und Bücher kommen nach hinten. Ich nickte, zu überrascht, um etwas zu sagen.